71 verschiedene Eisbecher. Der Traum eines jeden Kindes wird wahr. Im Café Wetzelberger in Waldbach erwartet Sie nicht nur eine legendäre Vielfalt an Eisbechern, Sie werden auch mit anderen Delikatessen verwöhnt. Das Café-Restaurant, das mit seinem großen Gastgarten und der tollen Lage zum Verweilen einlädt, ist weitrum für das außergewöhnliche Frühstücksangebot bekannt. Doch auch zu anderen Tageszeiten speist es sich im Wetzelberger äußerst delikat. Neben den frisch zubereiteten Pizzen, die jeden italienischen Pizzakoch vor Neid ergrünen lassen, wird sie vor allem die Vielfalt auf der Salatkarte in ihren Bann ziehen. An sommerlichen Tagen ist ein leichtes Salatgericht genau das Richtige, um einen kühlen Kopf zu bewahren. Für Besucher der Region Hartberg-Weiz bietet Familie Wetzelberger auch Fremdenzimmer an, die speziell Alleinreisenden ein ideales Quartier bieten. Auch Biker sind herzlich willkommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017